Seit 15 Jahren wird für die Gründung von Erdbauwerken auf gering tragfähigen Untergrund das System der geokunststoffummantelten Säulen eingesetzt. Anhand eines Bauprojektes in Norddeutschland werden in diesem Film die Funktion, der Einbau und die Vorteile dieses Systems erläutert. Für die Gründung von Erdbauwerken auf sehr gering scherfesten organischen Böden wurde vor etwa 15 Jahren ein spezielles Gründungssystem entwickelt durch die Firma Möbius Hüsker in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Kempfert und Partner aus Würzburg. Zur Herstellung einer geotextilummantelten Säule wird ein Stahlrohr mit speziellen Verschlusskappen in den Boden eingetrieben und dabei der Weichboden seitlich verdrängt. Die Eindringtiefe des Verdrängungsrohres richtet sich nach der Mächtigkeit der anstehenden Weichbodenschicht und ist so gewählt, dass die Spitze in den tragfähigen Untergrund eindringt. Nach dem Einhängen der rundgewebten Ringtrak-Ummantelung wird diese mit Sand, Kies oder Schotter aufgefüllt. Beim Ziehen des Verdrängungsrohres unter gleichzeitiger Vibration wird das Füllmaterial verdichtet. Entsprechend eines im Voraus bestimmten Rasters wird so eine Säule nach der anderen installiert. Nahe über den Säulenköpfen wird eine Lastverteilungsschicht mit einer hochzugfesten, densteifen Horizontalbewährung eingebaut. Die horizontale Bewährung wird zur globalen Geländebruchsicherheit, zur Aufnahme von Spreizkräften und zur Unterstützung der Lasteinleitung in die Säulen eingesetzt. Bei Belastung durch die schrittweise Schüttung des Dammes und der anschließenden Konsolidierung werden die Säulen radial gedehnt und in der Ringtrak-Ummantelung Ringkräfte aktiviert. Die Säulen wirken hierbei als überdimensionierte Drainz, wodurch die Konsolidierung des Weichbodens beschleunigt wird. Die Verbesserung des Baugrunds setzt sich gemeinsam mit dem weiteren Aufbau des Dammes und der darauf folgenden Konsolidierung der Weichschicht fort. Somit ist der überwiegende Teil der Konsolidationssetzungen bereits abgeschlossen, wenn der Oberbau der Straße errichtet wird. Die geotextile Ummantelung der Sandsäulen, rundgewebte Gewebe vom Typ Ringtrak, werden von der Firma Husker Synthetik aus Gescher im Westmünsterland gefertigt. Die geokullstoffummantelten Säulen bestehen aus verdichtetem Sand oder Kies. Die werden dann vertikal auf Druck belastet und versuchen sich radial nach draußen auszuweiten. Um dem ist entgegenzuwirken, das geschieht durch eine hoch feste D-Steife durchgehende geotextile Ummantelung. Die Ummantelung unserer Systeme werden nach einem offiziellen Berechnungsverfahren in der neuesten Auflage von der Geo 2010 berechnet. Für jedes Bauprojekt mit geokunststoffummantelten Säulen wird in unter Berücksichtigung der projektspezifischen Randbedingungen das Tragsystem bemessen. Die Bemessung definiert das Säulenraster, die erforderliche Zugfestigkeit der radialen Bewährung und der Horizontalbewährung. Für einen wirtschaftlichen Entwurf bietet die Rundwebtechnik der Firma Hüsker einen entscheidenden Vorteil. Wenn wir bei der Herstellung von Schläuchen aus einem Flachgewebe immer eine Nahtverbindung brauchen, haben wir automatisch eine Schwachstelle. Dieses ist bei der Herstellung mit einer Rundwebmaschine nicht notwendig. Wir haben keine Schwachstelle und somit kann das Material optimal ausgenutzt werden. Vor der Auslieferung wird das Bewährungsprodukt durch die Qualitätssicherung geprüft und freigegeben. Die geotextile Ummantelung wird mit der erforderlichen Festigkeit und dem vorgegebenen Durchmesser als Rollenware auf der Baustelle angeliefert. Nach den Vorgaben der Ausführungsplanung wird für jede Säule die Ummantelung vorkonfektioniert und in Gitterboxen für den Transport zu den Geräteeinheiten zwischengelagert. Die Herstellung der GEC erfolgt mit einem Trägergerät, an dem Mäkler geführt ein Rüttler läuft. Der Geräteführer sieht auf einem Display den Säulenplan und die mithilfe von GPS ermittelte Position des Verdrängungsrohres. Für jede Säule werden alle herstellungsrelevanten Geräteparameter automatisch erfasst und können in Form eines Herstellungsprotokolles ausgedruckt werden. Nach dem Schließen der Fußklappen wird das Rohr zur Herstellung der GEC bis auf den tragfähigen Untergrund abgetäuft. Der anstehende, gering tragfähige Boden wird bei diesem Arbeitsschritt verdrängt. Parallel zum Einfahren des Rohres wird die vorkonfektionierte Geotextilummantelung an einem Kupplungsstück befestigt. Dieses wird anschließend auf das Verdrängungsrohr aufgesetzt, wobei sich die Geotextilhülle im Rohr aushängt. Zum Befüllen der Geotextilenummantelung wird ein Trichter auf das Kupplungsstück aufgesetzt. Das nichtbindige Füllmaterial muss eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit und Scherfestigkeit aufweisen. Im Bedarfsfall kann zum Schutz eines Grundwasserleiters eine ca. 1 Meter mächtige Dichtungsschicht aus Sand-Betonit-Gemisch in der Säule eingebaut werden. Nach dem Abnehmen des Trichters wird das Geotextil gelöst und das Kupplungsstück vom Verdrängungsrohr gehoben. Die Fußklappen öffnen sich aufgrund des Gewichtes der Sandsäule beim Ziehen des Rohres automatisch. Durch das vibrierende Ziehen des Verdrängungsrohres wird das Säulenmaterial verdichtet. Über den Säulenköpfen wird ein hochzugfestes, horizontalen Geotextil verlegt. Die Festigkeit der Bewährung ergibt sich aus dem Nachweis der globalen Standsicherheit. Weiterhin nimmt die Horizontalbewährung die Spreizspannungen unter den Böschungen auf und unterstützt die Vergleichmäßigung der zu erwartenden Setzungen. Alle Erdbauwerke mit einer GEC-Gründung werden von der Firma Möbius messtechnisch überwacht. Einzelne Bauwerke werden seit über zehn Jahren begleitet, so dass die Verformungsprognosen über das Langzeitverhalten des Gründungssystems ausreichend verifiziert wurden. Das GEC-System bietet gegenüber anderen Baugrundverbesserungs- und Gründungsverfahren folgende maßgebende Vorteile. Einsatz bei extrem weichen Böden und somit fehlender Seitenstützung. Die sofortige Belastbarkeit der GEC-Säulen. GEC wirken als Vertikaldrainagen. Das Tragsystem ist selbstregulierend, flexibel und sehr robust. Ökologisch vorteilhaft wegen geringem Flächenverbrauch und fehlender Aushubmassen.